Hallo, mein Name ist Jonas Raschedi. Ich baue seit Jahren Strategien, Strukturen, Teams und Systeme rund um Daten auf. In meinen Büchern und Podcasts interviewe ich spannende Gäste, Gästinnen rund ums Thema Daten, die die gleiche Leidenschaft wie ich haben. Seid gespannt. Heute möchte ich rund um das Thema Data-Driven Marketing sprechen. Ich finde, Datengetrieben kommt vor allem stark im Marketing an. Warum? Wenn man sich mal irgendwie die Entwicklung der letzten Jahre anschaut und vor allem jetzt unter den Bedingungen, wo wir das Video aufnehmen, im Thema Covid, stellt man fest, dass die Vielzahl an Marketingkanälen extrem zugenommen hat. Und vor allem an Kanälen, wo man auch Feedback bekommt, wo man Feedback auch messen kann. Wenn man sich das früher angeschaut hat, hat man vielleicht Fernsehwerbung geschaltet, das war schon innovativ, Radiowerbung geschaltet oder eben auch Zeitungswerbung geschaltet. Da konnte man maximal messen, indem man sich irgendwie ein Code eingegeben hat, ein Stichwort, wo die Leute dann auf einen zugekommen sind und gesagt haben, hey, guck mal, hier ist eine Zeitungsanzeige gewesen, da war das Codewort was auch immer mit dabei und jetzt möchte ich was kaufen. Wenn man sich das heute anschaut, Thema TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, Webseite, Apps, stellt man plötzlich fest, dass es viele Kanäle gibt, die man messen kann. Wenn man sich Studien anschaut, stellt man fest, dass 64 Prozent der Unternehmen datengetriebenes Marketing als essentiell halten. Also mehr als die Hälfte. Warum? Mit Daten kann man die Vielzahl der unterschiedlichen Tools besser bewerten. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass es diverse Kanäle gibt und das Geld, der Marketing-Spend, das Budget pro Jahr bei kleinen, mittelständischen, aber auch großen Unternehmen ist natürlich nicht größer geworden, sondern das Budget verschiebt sich. Und da muss man wirklich schauen, dass man das Geld an die richtige Stelle legt. Eine weitere Studie zeigt, dass Unternehmen besser performen, die die Daten ihrer Kunden, die Insights ihrer Kunden besser verstehen und zwar sogar um 60 Prozent mehr als Unternehmen, die weniger mit Daten arbeiten. 2020 habe ich mein erstes Buch beim Springer Verlag veröffentlicht, nämlich das Buch Data-Driven Marketing oder Datengetriebenes Marketing in Deutsch. Warum? In diesem Buch habe ich einen Prozess entwickelt, der auf Basis meiner vielen Erfahrungen im Data-Bereich aufgesetzt hat. Warum? Ich habe immer wieder festgestellt, dass Unternehmen nicht wirklich wissen, wo sie denn mit dem Thema anfangen. Data-Driven Marketing kann in jedem Kanal beginnen, kann aber auch eben gesamtheitlich beginnen und da braucht man meiner Ansicht nach eine Methode, einen Prozess, um da strukturiert vorzugehen. In meinem Buch ist der Prozess aufgegliedert. Den Prozess würde ich einmal gerne beschreiben und dann kann man selber entscheiden, ob es dieser Prozess ist oder ein anderer Prozess ist, mit dem man das eigene Unternehmen, das vielleicht auch klein ist, das groß ist, das vielleicht ein Online-Shop ist, aber eben vielleicht auch eine lokale Boutique Datengetriebener hinbekommt. Der Prozess ist in fünf Schritte unterteilt, den kann man sich hier anschauen. Der Prozess fängt an mit Collect, Daten sammeln. Man muss nämlich irgendwie sich erstmal überlegen, welche Daten möchte ich denn gerne erheben. Wie gesagt, im Print-Bereich ist es wahrscheinlich schwer, die Daten zu erheben, aber im Newsletter-Bereich, vielleicht auf der Webseite mit einem Web-Analyse-Tool, macht es total Sinn, die Daten zu sammeln und zu erheben. Dann das Thema Understand, also wie entstehen überhaupt die Daten? Was muss ich mit den Daten machen, die mir zur Verfügung stehen und was sagt es denn überhaupt aus? Simptes Beispiel, ein Besucher auf der Webseite, was ist es überhaupt? Was ist ein Visit, was sagt es aus? Ist eine Absprungsrate, eine Bounce-Rate auf einer Webseite hoch, gut oder schlecht? Vor allem nicht allgemein, sondern immer im individuellen Kontext von eurem Unternehmen und unabhängig davon, was eigentlich so der Markt sagt. Warum? Ich habe festgestellt, in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Arten und Weisen, wie eine Webseite erstellt wird, sind verschiedene Metriken, sagt man dazu, Kennzahlen unterschiedlich zu interpretieren. Der nächste Schritt ist das Thema Design, auf Basis der Metriken, der Kennzahlen, der Zahlen, die ich eben schon erzählt habe, die man also versteht, Entscheidungen treffen. Wichtig ist da, und daraus wird, glaube ich, dann auch ein Schuh, der Prozess Understand oder der Prozess Schritt Understand ist total wichtig, weil wenn ich die falschen Entscheidungen treffe, wenn das Unternehmen die falschen Entscheidungen trifft, wird die Situation so sein, dass irgendwie weniger auf Basis von Daten eine Entscheidung getroffen wird, weil man ja unterstellt, okay, die Entscheidung, die ich jetzt gerade getroffen habe, hat halt eben wenig Sinn gemacht. Wenn ich das geschafft habe, wenn ich zum Beispiel festgestellt habe, dass es total sinnhaftig ist, einen Kunden anzuschreiben, der bei mir im Onlineshop bestellt hat, und nach drei Wochen, nach vier Wochen würde man vielleicht mit einem 10%-Gutschein schaffen, die Leute wieder zum Zweitkauf anzureden, dann macht es Sinn, so etwas zu automatisieren. Prozess Schritt 4 ist das Thema Automate, das bedeutet automatisieren. Man hat selber wenig Zeit, Unternehmen, große Unternehmen haben auch wenig Zeit, das Personal ist rar, und somit hat man die Situation, dass man viele der Prozessschritte im besten Fall automatisiert durch Tools, automatisiert vielleicht durch etwas selber Geschriebenes und somit nochmal mehr Power hat, um die Sachen umzusetzen. Der Prozess Schritt 5 ist total simpel. Prozess 5 bedeutet Execute. Wir haben ja festgestellt, und ihr werdet selber in dem Video sagen, naja, der Jonas erzählt mir hier nichts Neues. Total richtig. Das Allerwichtigste ist es, wirklich kontinuierlich das umzusetzen. Sich Gedanken zu machen, welche Daten kann ich erheben, Collect, welche Daten kann ich eben auf der Basis verstehen und auf der Basis dann auch Entscheidungen treffen. Also diesen Prozess, den ich jetzt gerade hier mal als Kreis vielleicht visualisieren würde, kontinuierlich und immer wieder umzusetzen. Jetzt habe ich euch viel erzählt zum Thema datengetriebenes Marketing. In dem Buch hier, was es bei Amazon oder beim Springer Verlag gibt, habe ich alles nochmal auf mehreren Seiten sehr detailliert beschrieben. Also nutzt die Chance, bestellt euch das Buch, schaut euch es an, gebt mir in den Kommentaren dazu Feedback, gebt mir in den Kommentaren dazu Feedback, warum vielleicht euer Unternehmen noch nicht datengetrieben ist oder warum euer Unternehmen datengetrieben ist und was wirklich der AHA-Effekt war, das Datengetrieben umzusetzen. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann nutzt die Chance und drückt hier unten auf den Abonnieren-Button, mit der ihr dann die Möglichkeit habt, immer wieder über neueste Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.